Oh, ich bin tot. Nein! Nein! Ist nicht schlimm. Doch, der Schlüssel. Ja, ich... Leck mich am Arsch. Die Rocks schießen auf mich. Ah, wir sind kacke gesporen diesmal. Du kannst den ganzen Rucksack behalten, ne? Ich schlepp den nicht mit. Danke. Ja, bitte. Dann hau ich meinen erstmal hier ins Gebüsch. Ich brauche eine Stunde, um ihn wegzuschmeißen. Schnell, wir müssen aufpassen nicht, dass hier einer entgegenkommt. Boah ey, da ist ja schon wieder gefüllt. Bis zur Besinnungslosigkeit. Ja, nur den ganzen Kram, den du liegen lassen hast. Aha. Oh, da geht es schon wieder los. Ich könnte dir ein Profital anbieten. Oh, jetzt nicht, danke. So, warte mal. Wo sind wir hier überhaupt gelandet? Lass uns erstmal einen Blick riskieren. Wir müssen nämlich auch, naja, ich glaube hier unten ist das Dorf. Wir müssen nämlich rüber zu dem Hubschrauber. Ja, ich glaube ja. Wir müssen noch eine Ecke weiter rennen. Dann können wir hier runter. Hier liegt so eine schöne Waffe. Hier habe ich schon reingeschmissen. Top. Die nehme ich mit. Wenn du sie nicht möchtest. Nein. Also eigentlich müssten wir hier hin, aber da liegen Granaten. Glaub ich. Also laufen wir den kleinen Umweg über das Dorf hier unten an dem Tümpel oder was das ist. Wo möchtest du denn überhaupt hin? Zum Helikopter oder wieder auf die... Ja, zum Helikopter. Wir sind schon recht nah, weißt du. Dann würde ich erstmal zum Helikopter rennen. Das ist da, wo die so dolle ballern, ne? Ja. Das ist ja mutig. Och, das ist einfach nur dumm. Ich wäre wieder in der Ecke liegen. Ich sehe mich schon, falls ich es überhaupt bis dahin schaffe heute. Aber das wäre halt, weil es ja nicht so weit weg ist. Weißt du, wenn wir jetzt im Süden gespawnt wären, wären wir bloß... Machen wir. Was? Ja, machen wir das. Mir ist das so relativ egal. Ja, du musst ja nicht mitkommen. Ich renne alleine hin. Das kann ich nicht machen. Doch. Man lässt seinen Flügelmann nicht alleine. Außer man steckt natürlich. Wenn der Flügelmann sagt, du kannst warten, du wirst... Was war denn das schon wieder? Ja, ich habe mich auch gerade eingekackt, aber es war glaube ich wieder gar nichts. Was? Ah, da vorne. Hast du was gesehen? Nee, ich habe nur gehört. Oh. 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 Ich bin mir nicht sicher, ob das Einschläge sind, Schüsse oder ob hier links neben uns einer läuft. Ich weiß noch nicht mal, wo wir sind. Schnappst du auf Holz? Ja, das war gerade eben. Ach so. Ja, da. Wir sind hier an der Wasseraufbereitung. Jetzt schießen die nächsten. Warte, da vorne können auch folks sein. Sei vorsichtig. Wir müssen, glaube ich, hier rüber jetzt. Was machst du? Banate aufs Dach. Warum? Börner, glaube ich, jemand ist. Nö, hier noch nicht, weil da vorne sind die an dem anderen. Ach so. Wollen wir da hier rein, oder nicht? Ja, hier können wir hin. Ich glaube, der scheiß Hubschrauber steht da in dem Rontel. Nee, genau in der Mitte, ja. Ja. Bist du dir sicher, dass du da jetzt gehörst? Nee, aber was will ich machen? Oh, Alter, irgendjemand hat schon auf mich geschossen. Schall gedämpft. Ja. Hallo? Bist du tot? Nein. Okay, hau dich irgendwo hin. Was hänge ich denn hier? Haben so ein Sack Kartoffeln hingestellt. Starke Blutung und den Arm verloren. Oi, oi, oi. Das ist doch wieder Kacke, Mann. Das ist doch wieder Kacke, Mann. Rechts und links und vorne und hinten, oben und unten die Rooks. Und dann noch so ein Typ hier. Ja, ich glaube aber, er will auch die Rooks erschießen, ne? Und die sind ihm, glaube ich, nur von die Flinte gelaufen. Aber wo wir sind, sind keine Rooks. Okay. Jetzt kommen wir nach das scheiß Flugzeug. Gefällt mir nicht, der weiß, wo wir sind, aber ich weiß nicht, woher er gerade kam. Okay. 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 Hat das geschossen, Matze? Nee. Okay. Ich liege hier rum, hinter so einem Müllhaufen. Du? Nee, ich hab auch nicht geschossen. Ich liege da, hinter so einer Palisade. Okay. Okay. ich gehe jetzt mal rüber ich bin an dir vorbei alles klar ich würde nicht zum helikopter gehen nicht hat jemand auf mich geschossen nicht getroffen aber geschossen ich habe da mal ganz blöde rüber geguckt du läufst ja ich will wenigstens hier ein bisschen aus der sicht aus dem sichtfeld raus aber unsicher vielleicht von berg links ich bin jetzt hier unten durchgekrabbelt und gehen wir ein stückchen weiter nach vorne bist du gerannt die schießen auf mich ja ich renne gerade ich habe einen schuss von links gehört aber das kann sein dass wir hinten hinter dem berg läufst du ja bist du schon unten beim helikopter ja du bist ein guter typ ich bin ein tierjunge pländer bleibt drinnen liegen bis es fertig ist ja auf jeden fall dann bin ich dann den gleichen weg wieder zurück oder ja wir rennen den gleichen weg zurück und dann vor wieder zu unserer küste und zum leuchtturm da hat einer im plan rennst du ja ja ich versuche wieder dahin zu kommen wo ich war aber die schießen ja eben auch du hampelmann alles wo geht es denn hier raus da ist denn der strahltreppe oder ich renne wieder da her wo ich hingekommen bin oh da schießt schon wieder einer auf mich es ist doch nicht zu fassen oh ich bin tot nein nein ist nicht schlimm doch der schlüssel ich mache mir nur sorgen um den schlüssel wo liegst du da würde ich nicht hingehen an dem kleinen grauen häuschen auf dem weg zurück auf der leicht rechten seite aber da würde ich nicht hingehen und ich hatte ein spieler erschossen kopf und augen also der hat mich von vorne erwischt durch meinen helm ein krasser tür mit bt 762 wo hast du hingeguckt richtung berg nach vorne ich würde vielleicht doch einen anderen weg wählen weil der weiß dass wir zu zweit waren ja aber er will dich looten ich kenne den das ist so ein geier ja ja dann fängst du ihn ab beim bluten bin ich jetzt hier also ungefähr in deiner nähe ich weiß es nicht ich schaue mal ganz kurz rein komme ich dann nachher an dem fass auch vorbei fragen über fragen also ich genau ich bin jetzt im endeffekt so ich bin von also links rum gegangen da war so ein graues haus und hier standen lkw irgendwie ja richtig da liege ich irgendwo also nicht geradeaus sondern nach hinten wieder zurück da woher gekommen sind ach so hier weiter vorhin vor dem schon weiter vorne sozusagen vielleicht versuchst du hinter der palisade zu bleiben und ein stückchen nach hinten also ich würde nicht auf den mittelweg gehen da bin ich ja ja esse und trinke erstmal das ist das einzige was ich im raid zustande kriege ich gehe zurück versuche dann ins gebirge zu kommen und den schweinehund zu erschießen ja wie gesagt genau rechts neben der grünen balustrade ist dieses graue häuschen und da hat er mich erwischt also von vorn von vorne solltest du bis zum ende der palisade erst mal safe sein und dann muss man gucken aber ich denke es sind auch noch rugs auf den dächern ich glaube nicht dass sie alle tut waren weil die schüsse kamen irgendwie von überall wo ich darum gerannt bin die rugs schießen auf mich diese vollidioten ich will euch doch nur helfen ich will denen doch bloß helfen junge ich will den sniper umbringen das ist daraus gutes für die und da war ich noch eine mine gefunden gratulation hätte ich sein können dann nimmst du mit was du kriegen kannst so eine mine lasse ich mir nicht entgehen es ist gar nicht mehr so weit aber kann ich da bis durch rennen oder schießen die wir ins kreuz fragen über fragen ja und dann ist ja noch der sniper da hast du von allem ein bisschen was hör mal auf ich war doch an der wand wie schießt der durch die wand oder was weiß nicht war das muss man gucken wer dich erschossen hat aber da ich bin doch auf die felsen zugelaufen und die schüsse das war aber ein rog glaube ich aber ich glaube ich habe von oben schwindungsfeuer gesehen und mich hat ein rog erschossen von hinten wahrscheinlich aber beide beide haben auf dich geschossen spannung spiegel und schokolade heute nicht blablabla blablabla